wir spielen ich habe keine ahnung was es ist genau blockern war das so etwas wie propan wenn man das kennt denke ich mal ich bin gerade auch zum ersten mal ich denke mal ein slimeballs war hier irgendwie eine sache man kriegt jams war miaut oder so gestartet ja und als heider kannst du halt so ein miau geräusch machen oder so ein feierwerk starten ich schieße mit so vielen fallen hier alter geht gar nicht ja 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 pracht mich finden die mutter was ist das denn, oh gott, was ist das, oh gott, fick dich doch, oh gott, oh gott, oh gott, ich steu, ich wurde erst mal gerade hart vergiftet, oder wie? viele andere leben nicht mehr, oder, oder, sind ja überhaupt kaum hunter, sind wiederbelebt, ja klar, sind halt generell weniger ja, fick dich doch, schieß mich nicht mit feilen Bogen, du kleiner Wichser, so, ich hab einen ja, und jedes mal, wenn du nichts küsst, ich finde, Mann, nicht, hast du gesagt, oh, was, ich finde, Mann, nicht, hast du gesagt, ja, ich glaub, ich seh dich gerade ja, das brauchst du gar nicht, schade, ist egal, aber ich hab einen, da We ist weiter... Ah, unsacht im Meer und nix , es kommt doch nicht ab wieder, blöchtest du denn hin? Mannen, política Lieber bei nächstem mal einen TiP Match Nö, nö Oh 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 Nein 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 Alalalalalala Oh 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 Okay Oh Oh Wie ist der Ficker? Du kannst dich nicht mehr nachträglich verwandeln, nur musst du davor entscheiden Doch, kannst du? Das ist äh, hat ein Abklingenswert Ja Ja Ich hab dich Luisa Du kannst dich in alles verwandeln, was dir auf einem Webster ist Ja Ja Außer als, äh, Tier oder so, glaub ich Das geht natürlich nicht Ach, fänd ich, ey So, wie viel haben wir denn noch? Oh, nur noch sechs, ne? Schade Mal Hallo Mal Mh Loll, was geht denn mit ihm ab? Alter Irgendwas Ich hatte irgendwie grad den River Effect gehabt Und dann er ganz selbst schon haben bekommen wir einen Scheiß, äh, Haider ja genau das hatte ich auch du bist jetzt auch hier sind sie wurde gefunden wurde und getötet ich habe ganz schön aufgeräumt